Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Will Far Cry Prime und wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Guck, guck. Ja, tu mich auch. Aufgabe zum Kartenmenü zugefügt. Wo will der denn da? Sag mir bitte nicht. Super, jetzt muss ich da hinten hin oder was? Okay, wir haben einige Aufgaben. Wo geht der Handwerker? Okay, das können wir eigentlich alles so ein bisschen... Ja, wir haben halt ein bisschen jetzt Fußmarsch vor uns, liebe Leute. Habe ich da mir die Möglichkeit, jetzt mal irgendwo hinzureisen oder so? Haben wir kommen. Ja, wir könnten da jetzt hinreisen. Dann müssen wir den ganzen Weg nicht laufen. Dann machen wir das doch. Dann reisen wir da hin und hin. Gut, wir müssen also einen vermissten Venja-Bruder suchen. In einer Knochenhöhle. Ja, wir haben gesundheit. Okay, das wissen wir ja alles mittlerweile. Gut, 1100 Schritte. So, ich hoffe, das wird natürlich ein bisschen Ruhe. Ja, wir lassen die Blaubärten nehmen wir mit. Gut, wir kommen hat sicher Zeit rum. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe haben. Hei, hei, hei. Gut. Gut, der lässt uns auch ein bisschen... Oh, äh... Undi, kommst du mal mit weg? Komm. Habluck. Schade weg. Wir müssen sie gerade erst freischalten. Also, wir können weitergehen. Oh, äh... Warte mal. Kurz hier so. Hier lang. Okay. So, noch ein paar Meter zu Fuß, liebe Leute. Das ist klar. Das dauert also alles ein bisschen jetzt. Wir nehmen den Schiefer. Der hier ist natürlich auch mit. Und nebenbei erkunden wir gerade mal eine andere Gegend. Sag ich ja vor, du kannst dich das nehmen. Was haben wir denn da hinten eigentlich? Was ist das leuchtend? Jetzt haben wir es denn da hoch, oder was? Ist das überhaupt richtig? Ja, ne? Ne. Scheinbar nicht. Ich will ein bisschen also weiter dem Weg folgen, hier oder was? Hm. Hmm. Gut, dann geht's nochmal hier runter. So. Und die hat natürlich einen etwas schnelleren Weg gefunden. Die lassen wir noch. Die lassen wir auch komplett in Ruhe. Die verschwinden zu dritt. Okay. Okay. Aber noch 700 Meter. Also 700 Schritte, Entschuldigung. Oh, was ist denn eine Reise hier, ja? Was ist denn eine Welt? Ich muss den Schiefer hier mal mitnehmen. Weiter geht's. Auch hier oben ist es wieder. Die verschwinden allgemein. Das ist immer gut. So. Gut, dass wir unsere Beste hier dabei haben. Die Wandlagefeuerpunkt, äh, direkt wieder Aufstehungspunkt. Wunderbar. Das ist immer gut. Das Löwen. Ne, ist ja auch Höf, okay. Gut. Ich hatte keinen Bock auf irgendwie... Hier. Ich hatte keinen Bock auf... Ich hatte keinen Bock auf, aber ich habe hier mal mit. Okay, ich gucke mal das mal an. Ich habe hier mal mit. Okay, ich gucke mal das mal an. Schiefer kann man immer mal gebrauchen. Und wenn man da würde, einfach Löw zu bauen. Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wir müssen doch hier oben lang. So, der Weg hat ja, der muss ja hier eingezeichnet... Äh, der muss ja hier gehen. So, sind noch 300 Schritte. So, sind noch 300 Schritte. Da vorne ist ein U-Darm-Dorf, oder? Ist das falsch? Tue mir das mal bitte gerade an, kurz. Das ist doch hartlos. Ja, da geht mal meine Wissi drauf. Du! Barsch! Nee, nee. Hier kommen Huni. Liebes Huni. So, die Jungs. Wir suchen natürlich wie immer die Leichen. Aha, einen grünen Ort hat er gefunden. Warte mal, ich will was versuchen, ob das funktioniert. Warno, geht das nicht? Ich hätte jetzt erwartet, dass er schön knusprig gebraten wird. Aber, gut. Gehen wir weiter. Na, den Bären weiß ich nicht, ob wir den angreifen sollten. Komm, wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Wir halten uns wieder. Ich höre Menschen. Also da oben. Das ist ein Dorf oder was? Ja, ja. Aber die haben mit den Bären da oben zu tun haben. Zu tun haben. Wir haben mal kurz eben alles ausräumt. Ja, mit. Danke Bärchen. Ich könnte ja mal was machen. Wann funktioniert das ganze Ding? Komm, wir friss mal den Köder. Ah, kann ich nicht. Schade. 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 hab ich... ja scheiße ja super fertig klasse so die frage ist wo hängt meine bestie und b wo ist mein... ich bin voll Warte mal. Habe ich meine Fähigkeit? Ich bräuchte mal wieder Pfeile. Sperr, Keule. Jetzt müssen wir wieder Pfeile. Jetzt ist es Gott sei Dank nicht mehr so weit. Ja, ich weiß, die Tür war jetzt auch egal. Oh. Die Knochenhöhle. Ja, und da wir heute schon wieder ein bisschen zu viel gemacht haben, würde ich sagen, machen wir hier mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play eben Fuck Why Primal. Das muss auch mal sein, dass es einfach so eine Reisefolge nur ist. Und die nächste Vision starten wir dann im nächsten Part. Ja, ich weiß, die reverberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber